ich muss ganz kurz mal check machen check check 1 2 check so kann man los los kann man los soll ich mal gucken ob der ton ok ist, ne? der ton ein 2 test hallo? oh ich bin laut ok er ist leiser stellen da muss ich leiser stellen ein bisschen leiser ein bisschen leiser muss ich mich vorstellen das sollte reichen nicht zu laut wird euch so ich möchte euch was zu drücken eingießen und dann kann man auch schon anfang nach naja 10 minuten wie wir jetzt hier so muss klappen erst mal trinken wir haben heute was wein dabei aber erst mal trinken wir nur das kohle wie immer also nicht wie immer aber wir öfters so ich muss dann den tisch anschieben ein bisschen muss ich so strecken immer da überstrecken ich hole den tisch mal kurz ein bisschen um den armenik das ist besser so passt besser gut alles eingestellt hallo 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 willkommen so optione dann ist das vollbild auch 20 hoch geht auch hier niedrig hoch ton meine musik siehst du ja da wollte ich eigentlich was machen noch ne musik muss ich laden muss ich laden so weil so 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 okay so 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 noch so hier auch erledigt heute haben wir mal was anderes heute haben wir mal schwer weiß ja was diesen wird und granzösischer wein auf der ist vernünftig da ist mit den medinet medinet heißt der weiß ich warum so heißt aber ich weiß nicht alles kann ich lesen habe ich heute ja also den wein habe ich heute holt wenn ihr noch nicht mal probieren aber wir wollten ja spiel erst mal so erinnert ich habe das spiel schon mal gespielt und zwar haben das schon mal gespielt das spiel und zwar haben wir das gespielt in hallo und kommen heute schon bei disco simulator ein wirtschaftsspiel ist das eigentlich was wir heute heute gibt es halt hola zeigt nicht was mit cola welche firma und ich habe heute in die nette medinet heute versuche ich mal süß ich hoffe der schmeckt das ist lieblich eigentlich jetzt aus frankreich wenn er mir schmecken sollte sagen bescheid wenn ich sage ich auch bescheid so wie hat ach so zum spiel ja das spiel habe ich schon mal vor ein paar tagen gespielt also nicht das spiel sondern die demo davon in der demo livestream weil ich habe alles gesehen hatte oder nicht weil ich gerade nicht und er hat mir ziemlich gut gefallen das ist eine einfache grafik natürlich aber es ist es macht spaß also es ist intuitiv zu steuern das spiel und es sind ich glaube ich nicht viele mitarbeiter daran das sind alle mehr sind es nicht die paar leute aus 1 2 4 sieben leute vielleicht wer weiß sie leute der spiel gemacht haben insgesamt und wir fangen das war an wir machen neues spiel wir haben schon letztes mal demo gespielt davon deutsch über die vollversion genau weil wir hatten letztens so gut gefallen das spiel wie gesagt und dementsprechend machen heute die vollversion oder plan und ich will vielleicht aber nicht anstrengend war die filosof der arbeit aber naja so wie auch ein neues spiel wir wollen es gibt das hier ist noch nicht frei ok bei schalten ok hast du das los palmas los palmas hier ist mal martha los palmas das hatte ich aufs es nun hat die in las palmas ok hier kann es verschiedene freischalten ich muss so vor der fangen weil es nicht ist so das palmer ausgewählt ist die anderen ja wohl dass da wie nehmen wir uns disco eine veranstaltung eine veranstaltung das ist hier ein kleiner club gefältige kundschaft 5.000 zusätzlich 5000 für den anfang ausrüstung ist 10% günstiger wie sollen die nennen den club erzähl mal haben wir so einen klub denn ich habe keine ahnung wie soll das nennen wie soll den klub nennen vorschläge 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 wie er heißen könnte wir können auch 11 kreativ das macht ja wieso es nennen hat eine idee wie es nennen können berlin im 47 11 weiß ich nicht oder können auch anders nennen können auch so nennen ich habe es vorbereitet hier trinken stehen erst mal einfach bringen rein steht hier und ja und und keine nachricht dann hatten wir fangen wir an das ist mein kleiner laden jetzt muss ich gucken jetzt pause pause ich muss sie können wir nicht hier drin ich frage die preise die preise das war alles mal preise wir müssen kein alkohol kaufen so sie lau dau wil Hotel kaufen kaufen gut dreht man hier wir waren die bar in der mitte dann machen wir jetzt hier die tanzfläche machen die so wir haben jetzt noch 1700 jetzt boxen natürlich auch ja das ist ja Ja, es ist nicht so einfach, ich habe die zwei hier. Ja, das ist nicht so einfach. Gegenstand nach rechts, Gegenstand nach links, Halt, Leertaste, Gegenstand für Kauf, Delete, Ne, Delete, Entfernen, ne, eigentlich, ich glaube nicht, dass es entfernen ist, aber, achso, Verkaufen, ok, gut, wir haben etwas umgeändert, so, es ist vielleicht schon für euch das, was wir hier haben, aber, wenn wir das, was wir hier haben, dann machen wir das, was wir hier haben, dann machen wir das, was wir hier haben. vielleicht ein bisschen arbeiten so die boxen hier sind was gut das heißt ich will jetzt noch so so aufmachen und ich weiß noch nicht aber ist das jetzt Da weiß man was später, ne? Toilets. Dürer und Würden. Teuer. Wow, jetzt muss ich noch Toiletten haben. Toiletten. Toiletten. Das war jetzt. Türsteher. Ein Türsteher. Wir brauchen Türsteher. Wen nehmen wir denn? Welche Türsteher wir noch nehmen? Sag was vor. Bahnen am Tag. So haben wir. Türsteher. Und ein Barkeeper. Dafür eine Frau nehmen. So. Jetzt haben wir wirklich alles, ne? Komm mal aufmachen. Disco starten. So. Mal schauen mal. Ich weiß, ich hab nicht alles genau gebaut, aber... Da kommen ja einige Leute. Nicht gerade. Dann noch einen Tisch hier einstellen, ne? Ah, das ist noch neu. Hier ist von vorher bei der Demo nicht drin. Die hat dieses hier. Die Angabe von wie viele Leute drin sind. Elf? Elf Leute haben wir. Zwölf. Keiner tanzt. Tränke. Ein Getränk. Zwei Getränke. Zwölf. Keiner tanzt. Und es ist nicht mehr hier. Die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit. Ah, jetzt tanzt er. Einer tanzt. Zwei tanzen. Ja, es geht langsam los. Alles. Das ist falsch hier steht einstellen, wenn es schneller geht. ist ein voller nächstes mal stelle ich stehe ein jetzt langsam wir haben ja vorher ab und vor der reinkommen grundgerüst schon mal das ist noch nicht so sein sollte aber wir haben schon ein paar leute 8 am tanzen 6.200 haben wir schon 270 300 die stehen hier wirklich lange da ist nur ein einstellen also einer ist zu wenig also wenn ihr spielt auf jeden fall einer ist zu wenig 31 mit zwei wahrscheinlich schon 64 62 schon drin wird schon mehr bringen für jeden fall musik ändern es ist schon neun an tanzen 31 drin 31 leute 31 so mehr als 31 ist dran oder weil die draußen auch schon gezählt aktuell an die anzahl der kunden kunden ok das ist auch neu gewesen gerade wo wir sind schon einige da drin tanzen nur fünf leute 32 1000 damit schon muss größer sein auf jeden fall zu klein vielleicht hat sich jetzt klein das ist der erste aufbau ich habe keine winde gemacht nichts daher 7 sieben sind unzufrieden naja gut ich will noch ein leben glaube ich aber warum ich will noch muss alleine machen ich kann ja gleich das machen lassen das war direkt natürlich alles 323 23 also meine bewertung ist gerade bei und drüber immer die bewertung reparation 2 ausstattung 89 erst ist nicht viel drin wir machen das noch zuerst nacht erst eine nacht erst mal so sehen ist nicht so viel zu gucken ja aber ist es musik da licht ist nicht dass ich nicht auch noch ein paar zu wenig 29 24 ok damit leben so es ist ein bisschen erweitert das hier dann müssen sich erhöhen so jetzt sind wir bei 110 ausstattung die zeit läuft die zeit überhaupt vorzeit irgendwo nein das läuft nicht müssen wir gucken hier ich wollte auch einen zweiten fürsteher einstellen und eine reinigungskraft ich auch gerne einstellen das ist aber noch nicht so So, jetzt geht's. 149 welt habe ich auch noch genug pflanzen fassen auch gut fansen mülleimer auch ein bisschen boxen oder tische wieder sind wir schon bei 217 aber noch mehr habe ich doch nicht leider ist eine kommt erst noch das soll jetzt noch reichen das gestartet schneller gehen noch keine richtig ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da gibt es noch ein bisschen kreise, aber es ist noch ein bisschen kreise. 37 märz am vortag alles nicht kohle wach wird jetzt jetzt schwer und so reichskräfte ein reißige reputation das ist auch gut hier langsam eine negative mittlere und keine ich muss noch eine zweite Bar haben, die Bar ist zu klein eine kleine Bar noch noch 39 30 besucher keine keine umsonsten Kram wird rausgeworfen wird rausgeworfen das einfach weil Alkurs noch zu günstig war so viel besoffen sind hier ich finde ich so schnell langsam rausch der Kunden rausch der Kunden das ist nicht gut richtig haben also 4,13 Millionen können wir nur sehen komm schon 1,0 tanzen von 4,6 kann man sagen ich muss noch auf irgendeinen Grund dass ich noch eine zweite Bar mache hier oben vielleicht kleiner eine Bar ist zu wenig es geht nicht aber die Sachen 7 Uhr morgens wow what abends so hier kommen keine Leute mehr übernehmen kann sein dann kann es sein dann kann es sein dann kann es sein Oh, eine Barrecham, ne? Kleine Barre, eine große Barrecham Kleine Barrecham Kleine Barrecham Kleine Barrecham Zeug Kleine Barrecham 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 und vor allem für eine nach die wende im Dekorationen, oh, grün blau, das machen wir. Tür, Eingangstür habe ich auch noch ändern gemacht, oh, blau, da wird's, ok, gut, mhm, hmmm, was neu ist, was neu ist, Jetzt ist es 500? Ah, habe ich schon. Okay, das ist cool. Oh, mal gucken. Hm, Röportation. 96, cool. Sehr schön. Ja. Schon 46. Äh, wo? Jetzt schon. Langsam. Langsam. 56. Ja. 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 das ist jetzt wieder da blau ist das das heißt ganz einfach nicht das da das da das der antwort vielleicht meine musik rein hallo willkommen ich weiß nicht klar ja 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 das ist noch etwas frech zu 16 aber das ist naja naja wird schon was war jetzt da der fall vorfall der trockner kunde 44 141 alle gefällt das fast fast alle gefällt das cool ok jetzt zwei war das drei machen gute gewinnung ist relativ ne soviel war ich habe viel verkauft wir haben halt für 15.000 zusammen das ist schon gut 14.000 und noch fast 15.000 ja noch nicht ganz wir brauchen ein bisschen noch 690 640 44 gefällt es zwei nicht eine von den beiden fliegern raus der trocken ist 15.000 ja ja 50.000 dort 두 Meter ja exakt 50 50 70 40 40 Du sagst zu wenig, Leute, ne? Ah, 7 Uhr, gleich vorbei, 8 Uhr ist, äh, Disco vorbei, morgens ist 8 Uhr. Oh, dann, das, ne, achtet mir da vorne. Ja, ne, los. Oh, da muss ich hier auch nur einen haben, ne? Ah, Barkeeper. Der Geld. 3.600 Kosten, aber. Hm. Okay, dem. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020